hallo freunde sky youtube sports ein wunderschönen guten abend willkommen zu einer nächsten runde in dead by daylight von ccge und mit dabei der jibby blablabla und der liebe zominator servus 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 leutmann toby darf ich dir was anmerken ich muss noch zurück wichsen was rück wechseln ich bin doch umkehrlich darf das ihr nicht ja freunde der sky youtube sports die nächste runde bei daylight leider ohne die crew obwohl sie gestern fest zugesichert hat dass sie heute mitmacht aber unvorhofft kommt oft von daher ja 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 was denn das spiel hier einfach jetzt mal drei leuten die leute die frauenrunde da in der harningkorb ja 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 ich seh's auch ey aber es sind aber zwei geschwister dabei zwillinge nein doch glücker ab doch mein zwillingsbruder mit nein das sind vier linge ach nee warte mal das sind zwei zwillinge so und entschuldigt bitte dass im moment kein stream gekommen ist ich will wieder einen machen aber im moment ist mir nicht danach ein stream zu machen die aufnahmen nein ich bin überhaupt nicht doch mit der zeit aber im moment bin ich lieber bei dem wetter draußen bisschen sonne tanken bisschen pokémon machen also mal ein bisschen leute gehen die ganzen arenen für sich besitzen ja nicht alle das wäre dann da fliegt man aus allen arenen raus da lässt man lieber 12 blaue 12 gelbe da hat man so 12 rote als ich vielleicht schon zu faul überhaupt irgendwo zum glückplatz oder so zu laufen was von mir 15 minuten oder so eher zehn minuten entfernt ist um mir die sogar dafür wäre ich zu faul also wir haben wir ein punkt ist ein einzigen und da laufe ich ungefähr fünf bis sieben minuten und wir haben drei die land der ist ja reicher als kleidorf alter als gallien da fällt einem doch der himmel virus dein lieblings städtchen ich mag den app wenn ihr kinder ist ja wie ketten säge oder so aber ansonsten mag ich mich nicht aber kennen sie kann ja gerne kilo sein ja dann immer ein bisschen pech wenn erst mal um die raten aufzuscheuchen ist eine super idee immer gerne die haben ihn angezeigt er sieht wie die haben weg fliegen das reicht im normalfall wenn ihr aber die rahmen seht dann geht bitte in die hocke und geht dran vorbei dann fliegen die nicht weg ja das ist korrekt das habe ich im kaffee und wollte ich noch erklären was hat sich einfach der weiß bestimmt was für killers ist oder die ich habe herz klopfen ich sehe da laufen es ist äh es der geist groß die groß die groß passt das sind wir ja leider immer noch die frau für die groß passt das ja die ist nicht da ja meiners denn next fertig ich habe jetzt auf drei viertel ich bin gerade hier an der nähe falls weil der schon einmal geht dann kann ich ihn gleich runterholen oder verarschen ja gerade noch ein das ist mir hinter mir ja aber ist er gar nicht der läuft gerade nur mit dem ringel reihe ja ja jetzt jetzt gut dass er auch nicht die palette runter halt der macht gerade punkte war generatoren so war der nächste der spielt glaube ich ganz schön gut und sammelt war der hat noch nicht die palette kaputt ich hoffe dass unser welt nicht luke war lupen finde ich schon fast also zu spiel mit den geist die halloween ich habe haken von schluss ist aber kein schön nach generatoren aber falsch bist du jetzt zum geist gelaufen ja er hat er hat ihn losgeschlagen er spielt mit ihm immer noch macht generatoren das müsst ihr nutzen dass ich sag doch was gab so mache ich denn da laufen ich kann ja nicht zu gucken kann ich dafür nicht dass du den bürger ich drin als muss deine team ist machen wie ist es mit dir ich habe vorhin eingemacht ich suche momentan okay der mission im haus sein der ist nicht oben da ist schön wo es hier denn in dem haus der channel willst du mir verarschen nein doch ich muss jetzt der idiot denn zu mir laufen der fester griff sogar drin hatte ich auch schrank gezogen oder was nein er hat mich von scheiß generator weg gezogen weil er zu mir gelaufen ist günstig hoffentlich holt dann jetzt runter er ist da bei den einen typen der als die ganze getrollt hat ich glaube dann hat er gleich der typ der sich gerade geheilt er muss aber der der ist genau in die richtung gegangen er kommt er kommt lauf ich habe jetzt aber ich hoffe dass ich jetzt hier irgendwo was hat dass ich ein bisschen ärgern kann aber sieht nicht da noch aus jetzt mal wieder nix alter ach man ist eine palette 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 kommen wir rüber kommen wir rüber palette zu spät viel zu spät er viel zu spät ja er versuchte gerade vom haken aber er weiß dass ich habe keine chance ich habe herzschlag kommen wir rüber ich sehe die davon hier ja gar nicht doch bei mir ausruhen hol mich ruhe und hol mich runter genau komm mit ins haus komm ins haus nein ich gehe zu tobi mein schönes gleich fertig ist fertig nicht 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 äh ich warte bleibt da hier warte halt an halt an und die punkte und die punkte hier er war meistens mal der film vor bier oder was er hängt hinter mir wach generatoren da haben wir jetzt auch direkt spielt was was groß angezeigt wo spielte bei der ich mache ich bin auch nein 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 er trägt mich runter die leucht fackel da die geister fackel kommt wieder hoch ja stimmt ich hänge zu sein ich verstecke mich hier im haus ist der generator fast fertig kann man warum weil das auch gleich fertig ich habe fast ich bin ich bin ein schwein ich hab gar nicht mehr lauf du dumme kuh da muss noch mal raus da da wurde schön gemacht worden ist mache ich gerade den ausgang wenn du der killer kommt hier ich habe die hälfte drei viertel das war knapp wo bist du ich komme blocken nein wir hatten abgehängt aber nein direkt bei der virus runter schmeiß runter die hüpf rüber lieber ja da war nichts mehr das ist scheiße man ich weiß welche richtung muss ich gleich noch mit dem ausgang er muss mich dann blocken dass er mir nicht bauen kann er muss bei dir rüber ja das ist ja ja da ist ja auch scheiße ich habe am Anfang scheiße gebaut ja 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 ich habe noch herzklopfen hier ich habe auch ich bin direkt im haus hinter dir ja ich sehe es aber ich weiß nicht wo der ausgang ist wo muss ich hin wo ist der ausgang geradeaus wenn ich dich jetzt runter habe einfach geradeaus rennen ja aber du musst dann versuchen zu gucken und den killer er kommt geradeaus ja das war mir genau er geht links rum auf der aufstraße er geht rechts rum das sucht der sucht der sucht der sucht der läuft jetzt und sich überhaupt beim minivan mir alle dass man sich brauche ich kann denken auch so ist ein schlag geradeaus hier in die richtung hier lauf ich richtig ja 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 lauf 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 hier rum ja links gleich noch ein rein links und durch die Hütte Oh die Punkte ja guck weg 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 wir rein OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ey warte guck bis auf crazy der kacke gebaut war es eine geile Runde alter jetzt will ich schildern aber bitte also im generator sonst bin ich töte ich habe drei chance solo gemacht da musste jetzt das scheiß rauskommen bei oder ja auch hier um antworten habe ich logischerweise auch hier das war gute runde das war eine gute runde 235 und fürster finster ist geil wir müssen üben privat war ja ja ich lasse dich nächstes mal einfach hängen lassen ich hole gar nicht mal runter ich weiß einfach nur hängen das war jetzt für diese runde ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde bei der patella wenn er ein ccge wieder on tour bis dann schau mit v